Ja, die Leute sind eh zuvorkommend, anständig, natürlich auch was vielleicht die Dame betrifft. Sie verhalten sich immer gut und sind auch keine Verräter und so weiter. Ja, ist auch gut so. Ja, es kann sein, dass man nicht damit gemeint hat, wo man mir etwas antut. Es besteht vielleicht die Möglichkeit. Ja, natürlich lassen wir sowas nie einfallen und wir stehen voll dahinter. Aber dass man nicht meinen könnte, da kommen vielleicht nicht viele drauf. Vielleicht doch in dieser Welt.